aktivieren so und jetzt konzentriere dich auf die materielle welt ich glaube das soll ich aber nicht machen ja scheint richtig zu sein oder 1 zurück nein wollte ich nicht geht nicht eigentlich dürfte es ganz einfach sein aber ich stelle mich hier wieder an ach nö was ist das ach komm wie geil ist denn das hier kann ich noch raus das ist richtig komischerweise stehe ich hier jetzt ich stand hier jetzt einfach mal so im weg rum hier konnte ich doch noch irgendwo rein das war doch hier oder da kann ich das ding doch drehen und kann doch irgendwann dadurch bin mir nicht sicher so hallo ne ich musste hier vor ich hätte jetzt gedacht ich komme da raus und ja da muss ich rüber sowas aber auch lalala warte warte moment und hier ist die tür jetzt kommen wir da raus ähm ich überlege gerade kann ich hier mit ne ich kann es hier nicht wechseln ich wollte das dritte notenblatt haben ach vielleicht kommen wir noch hin so wo sind wir denn jetzt hier wieder außerhalb das sieht halt schon cool gemacht aus hier so mit lost place so wie das halt so kann es wirklich aussehen wenn halt irgendwas mal 40 jahre oder so gar nicht mehr benutzt wird an gebäuden so da kann ich wieder rein jawohl ah das dürfte das hier sogar sein ich soll dann wahrscheinlich irgendwas auf dem klavier spielen da fehlt noch was oh oh i love this melody it reminds me of my childhood at least the good parts of it but the bad parts they're always there aren't they Ich glaube auch. Ich glaube, dass ihr sie. So, da komme ich nicht durch. Da kann ich mich durchschneiden. Und was ist das hier drüben? Ein Schlüssel. Ah, das ist hier Nummer 7. Ja, wir wissen, wohin der gehört. Okay. Sehr schön. Wir haben den Schlüssel. So, da liegt noch ein Gemälde. Da kann ich aber nichts mitmachen. Oder? Nein. Mehr gibt es hier nicht. Hm. So, jetzt habe ich mich hier durchgeschnitten. Das ist nicht schlecht, da ich jetzt... Ja, ich komme ja jetzt hier hinten durch die Tür. Die schließe mal jetzt auf. Jetzt sollten wir hier auch ein bisschen weiterkommen. So, X. Genau, dann machen wir hier X. Ha. Wer hätte es gedacht. Und schon komme ich durch. Da liegt noch irgendwas. Oh, was ist das denn hier? Ein Brillenetui oder was? Ne, was ist denn das? Ah, für Kugelschreiber. R, was? Was steht hier? Was für Initialen sind das? RT. Ja, das ist es. Ja, das habe ich mir auch gerade eben gefragt. So, dann haben wir hier nochmal so ein Bild. Was liegt denn hier rum? Ah, das ist die Notenzeit, das ist sehr schön. Notenblatt, sorry. So, kombinieren wir, jetzt haben wir das komplett. Kann man das drehen, ja. Trinkten wir halt nur nix. So, das hätten wir. Was haben wir denn hier noch? Ah, noch ein Bild. So, wieder eins vom Mentor. Als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Und als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich wohl eifersüchtig. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich allein. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber an sie. Sie fiel mit ihrer Schönheit und mit ihrem Intellekt auf. Irgendwann akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte. Die wahre Liebe. Stark und rein. So rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letzten, äh, letzten, letztendlich unter dem Namen Niva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass es einen noch größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie der Sohn, den ich nie hatte. Okay, war das hier alles ein komplettes Projekt hier? Der ganze, also das ganze Hotel? Gerade wegen solchen Vorfällen, also mit Geisterwelt und so. Naja, wir werden halt noch weiterschauen müssen, bis wir das hundertprozentig haben. Hallo? So. So, that's how you found me? Yes, he was just lying there. He, er... Mr. Racko? I'm sorry, he was a friend. I just, er, need a moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved it. So, jetzt ist die Frage, habe ich hier jetzt alles und wie kriege ich hier diese Geisterquelle noch aufgeladen? Die brauche ich doch, um hier durch die Motten zu gehen. Was kann ich denn hier jetzt noch machen? Da ist nichts mehr. Was ist hier oben in der materiellen Welt? Da ist wohl nichts mehr. Mhm, 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 mhm. Nee. Da ist wohl nichts mehr. Wir gucken mal da drin. Äh, halt. Ah, jetzt kann ich hier das Klavier spielen. Stimmt ja. So. Sehr schön. Jetzt kann ich mich durch die Motten bewegen. Ja. Das funktioniert. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal durch die Motten. In der Hoffnung, dass hier der Kollege Dämon oder Waffe nicht kommt. Ruckel, ruckel, sorry. Das war im Spiel, das war nicht bei mir. So, jetzt sind wir halt wirklich in der Tagesstätte. Was das halt aussieht, ne? Äh, was ist denn das mit dem Hintergrund? Bunden in der Geisterwelt. Zwei Arme. Will ich das wissen, was das sein wird? Oben kann man nichts erkennen. So, gehen wir mal wieder jedes Eck hier ab. Ich habe auch noch kaum irgendwas von meiner Geisterwelt. Oh, da war doch was. Hätte ich fast übersehen. Aber den Zettel nehmen wir mit. So, Errungenschaft freigestaltet. Verschlungene Dunkelheit. Ein neues Zuhause. So, oh ne, das zuppelt wieder hier. Das nervt beim Lesen. Ich war am Ende. Sie mussten mich gehen lassen. Mich, Richard Tarkowski. Meine Arbeit war auf dem ganzen Kontinent angesehen. Sie sagten, meine Vorstellungskraft kenne keine Grenzen. Mein Name allein steht für die schönen Künste. All das bedeutete diesen seelenlosen Bürokraten nichts. Für sie war ich nur eine Belastung. Ein Quell gefährlicher liberaler Ideen. Ich fühlte mich so betrogen, ausgelaugt. Ich musste raus. Fort von der leeren Abartigkeit der Stadt. Aber das Wichtigste, ich brauchte einen Freund. Und so machte ich mich auf die Suche nach ihm. Ich wusste, dass seine Frau vor ein paar Monaten verstorben war. Damals hielt ich es für das Beste, mich nicht in seine Trauer einzumischen. Jetzt hatte ich Angst, dass er es mir übernehmen würde. Dass ich nicht da gewesen bin, als er mich am dringendsten gebraucht hat. Stattdessen bot er mir ein Zuhause. Stattdessen und Independent Stattdessen Martin Ich bin mal gespannt. Okay, da komme ich nicht raus. Da ist diese komische Zentakel dazwischen. So, was ist hier? Ein Gemälde. Sieht ja cool aus. Ah, jetzt werden wir wieder was zusammensetzen. Uncle Richard, meine Arme sind schützend. Sie haben mich für Hohen gemacht. Almost fertig. You know, Lilly, du mich an jemanden. Eine Frau, die ich wusste, als ich sehr jung war. Du liebst sie? Ja, mit ein junger, innoziger Liebe, frei von der... von der Jugendlichen Leben. Richard? Trauer? Nur eine Vermutung? Könnte sie das sein, das kleine Mädchen, ja. So, er hat sie jetzt gemalt und da ist das Gemälde, aber das Gemälde sieht ganz anders aus. Ich weiß ja nicht, ob das das sein soll. So, interessant auf jeden Fall. So, wir haben jetzt wieder so einen Weg gekriegt. Was sollen wir jetzt hier machen? Okay, dem Ding hier nachgehen. Hier sieht man, oh, was ist das? Ah, noch was. Hallo? So. So, wie ist das? So, wo geht's jetzt hin als nächstes? Da rüber. Eine Schleife. Keine Ahnung, oh es geht noch weiter. Hallo, wer war das? Ok, ich muss da rüber. Hallo, Rollstuhl. Ich habe noch nie etwas so zufrieden gefühlt. Es war zu mir. Es wollte mir etwas zeigen. Ich habe mir etwas geholfen. Der Unscher freigeschaltet. Der Kinderfresser. Ich dachte, ich könnte sie schützen. Idiot! Was würdest du mir denken? Ich habe Sie verloren. Ich habe uns verloren. Ich weiß. Es geht's. Es geht's. Es muss sich da sein, was hier drinstehen. Du willst, was? Fuck! Look who finally decided to let me out of my cage. And only when you need my help. Surprise. Surprise. You know what? I'm not in the mood. Just tell me what you see. Come on. Come on. Yes. I can feel it. Okay. It's around here. Somewhere. Oh, real fucking specific. Hey, I'm trying to help here. You know, sometimes I wonder. Well, it doesn't make it easier when you keep me in the dark for so long. Oh, Christ. Thanks for that, by the way. Hell of a way to treat your soulmate. God damn it! There's nothing here! Hmm. There is. Really? I'm never wrong about these things. You know that. Well, screw this. I should have known better than to listen to you. Wait. What? There. There. Where? Where? What? Oh. Oh. Yes. This is it. Okay. 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 Oh my god. What? You building tension? Grab the fucking thing! Would you shut up? Huh? Okay. No. It's her. It's her. No. No, 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 no. Page. After Page. It's like he's obsessed. What has he... What have I done? We couldn't have known him. I let him into my home. It was like a father to me. Who could he do this to her? Fucking bastard. Who could he? I told you we couldn't trust anyone but ourselves. Keep it together. Think. What do we do now? We wait. And when he comes back... I'll just... Whoa, 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 whoa. Easy, tiger. Remember what's at stake here. Just let me do... what I do. You better do it fast. Because if you don't... I will... kill him. Thomas. I... wasn't expecting you. His, uh... ... ... Alles gut, meine Freundin? Hast du das gemacht, Freund? Hast du das? Was? Meine Frau. Meine 13 Jahre alt. Ich habe sie mit dir vertraut. Thomas. Hast du das gemacht? Ich... ich nicht... Ich habe ein Buch gefunden. Ich habe mich selbst zu überprüfen. Cover zu cover. Every single fucking page. Ich habe mich nicht gehört, Richard. Thomas, bitte. Ich bin falsch, Richard. Ich werde dich weg. Ich... Es war nicht ich. Thomas. Du musst verstehen. Es ist eine Sting in mir. Shut up. Du musst mir glauben. Ich wollte sterben. Ich mache es schnell. Ich mache es schnell. Thomas. Ich bin so sorry. Sie ist meine... Daughter! Ich habe niemals von dieser Zeit. Ich hätte niemals hierher kommen. Aber du hast... Nein. Nacht darf ich aus. Hallo, was sie zu mir bedeutet. Thomas... Ich schäu... Ich schaue... Ich sage nicht. Du solltest einmal nachdenken. Ich werde mich aus. Ich werde mich in! Wren! Ah, this cancer has spread far enough, time to cut it out. Ach krass, jetzt sind wir also Thomas und so langsam kommt hier Licht ins Dunkel von der Geschichte, wie krass waren das jetzt bitte. Ich würde sagen, wir gehen hier einfach weiter, aber wie es hier weitergeht, ihr wisst es, in der nächsten Folge On The Medium. Danke fürs Zusehen und bis dahin, ciao.